Guten Tag miteinander, ich mache noch ein Video zum Super League Projekt und vielleicht haben Sie das Problem schon einmal mitbekommen, wenn Sie einen Fork angelegt haben vom Projekt, dann hat er einen anderen Zustand, je nachdem wann Sie diesen Fork angelegt haben. Und das Problem ist halt, dass dieses Originalprojekt, also ich habe hier meinen Fork, Patrick Super League, und das Originalprojekt M426 Super League, dass dieses Originalprojekt sich in der Zwischenzeit verändert hat. Also ich bin hier bei 24 Commits beim Originalprojekt und ich habe es aber zu einem Zeitpunkt gefolgt, wo es erst 21 Commits hatte. Vielleicht habe ich da selber schon Commits vorgenommen und habe es schon gefolgt, als es 18 Commits hatte. Auf jeden Fall sind jetzt diese beiden Repositories auseinandergelaufen. Wichtig, ich erweitere im Original-Repository das Readme, zum Beispiel die Bewertungskriterien. Hier sind schon alle drin, also im Original-Repository. Und hier habe ich auch die statischen Methode erwähnt, dass ich es sinnvoll finde, das statisch zu machen und ein bisschen das mit der ToString-Methode erläutert. Wenn ich jetzt in meinen Fork hineingebe, schauen wir mal wie es aussieht. Also oben ist noch alles gleich. Dann hier, das mit der statischen Methode ist bei mir jetzt noch nicht drin. Und dann wegen den Bewertungskriterien, ja, die fehlen hier auch noch. Okay, wie löse ich dieses Problem jetzt? Grundsätzlich, also hier das Original-Repository M426 und hier meins, Patrick Super League. So. Zuerst brauche ich das natürlich mal lokal, also kopiere es mal, hier den Link und gehe dann in meine Git-Bash hinein. Ich habe hier ein Verzeichnis gold.frickelbude.ca und da habe ich Modul 426 und Patrick drin. Ich gehe jetzt mal in mein Verzeichnis und klone das einfach, den aktuellen Zustand. Ups, ja, TLS kann man ausserhalb des Schulnetzwerks übrigens aktivieren, habe ich jetzt vergessen. Ist ja egal, es ist nicht so wahnsinnig sicherheitsrelevant, was wir hier machen. Also, es geht einmal in das Super League-Projekt rein, Git-Log und sehe da, 13. November. Jetzt ist da letztes Mal was geändert. So, jetzt möchte ich aber diese Änderungen von Readme nachtragen. Hierzu schaue ich es erst mal an, Remotes, Git-Remote-V, welche Remotes ich habe. Ich habe das Origin und das zeigt hier auch mein persönliches Projekt mit Patrick. Ich habe mal im Unterricht gezeigt, wie man das Ganze machen kann. Und hierzu gibt es im Modul 426 eine kleine Anleitung im Repository, Aufgabenversionskontrolle, Upstream. Wir haben ja hier mit dem Modell Fork Pull Request gearbeitet. Dummerweise habe ich Ihnen gesagt, Sie sollen mit einem Rebase arbeiten. Machen Sie es besser mit einem Merge. So haben wir dann im Verlauf des Moduls herausgefunden, dass sonst Probleme entstehen können. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber wichtig ist, dass wir das Original-Repository als sogenanntes Upstream-Repository als Remote hinzufügen. Und das machen wir mit diesem Git-Befehl, Git-Remote, dann Add, dann der Name des Repositories, ich nenne es Upstream, und dann die URL, die Git-URL des Original-Repositories. Jetzt, woher hole ich die? Die habe ich hier, Modul 426 Super League. Da hat der DPS, kopiere es mal. Jetzt an meine Git-Page zurück. Sehe ich diese da. Und führe den Befehl aus Git-Remote-Add-Upstream. Paste. Wenn ich jetzt nochmal Git-Remote-V ausführe, sehe ich, dass ich diesen Upstream hier auch bekommen. Sehr gut. Nächster Schritt. Jetzt möchte ich das da rein mergen. Und hier steht wieder in diesem Aufgaben-Versions-Control, wie ich das mache. Git-Fetch-Upstream. Git-Fetch-Upstream. Dann hole ich die Metadaten vom Upstream. Und dann Git-Merge-Upstream-Master. Git-Merge-Upstream-Master. Also ich merge da vom Master-Branch, vom Upstream die Sachen hinein. Und Sie sehen jetzt, das Readme wurde aktualisiert. Jetzt ist es nur bei mir lokal so. Also Git-Log hat jetzt die Änderung vom 20. November drin. Von heute ist das. Da wieder raus mit Q. Jetzt sitzt es aber erst bei mir lokal. Ich muss das jetzt noch auf meine Repository pushen. Weil hier, wenn ich es neu lade, hat sich noch nichts geändert. Es ist immer noch vor einer Woche die letzte Änderung drin. Jetzt auch Git-Push mache. Ich kann Origin angeben. Muss aber nicht, weil es mein Standard ist. Ich schreibe hier nochmal Git-Push. Wird es jetzt hochgepusht. Und wenn ich das dann neu lade, sehe ich, ich habe jetzt 24 Commits. Und da, wenn ich ins Readme gehe, in meinem persönlichen Repository, sind neu auch die ganzen Informationen drin, die ich erst in der letzten Woche hinzugefügt habe. Unter anderem die Bewertungskriterien zur Code-Qualität. Ich empfehle Ihnen, das regelmässig zu machen, um Ihr Repository aktuell zu halten. Es sollte sich eigentlich ausser dem Readme nichts mehr ändern. Und das Readme müssen Sie selber auch nicht verändern. Darum sollte es keine Konflikte geben. Ich habe erwähnt, dass es ein Bewertungskriterium gibt, dass Sie die Anpassungen am Upstream-Repository mittels Merge nachtragen. Wenn Sie das machen und alle meine Änderungen im Readme mitgezogen haben, gibt es einen Punkt. Sie müssen das nicht die ganze Zeit machen, aber machen Sie es doch mal kurz vor der Abgabe, dann kann ich Ihnen diesen Punkt auch geben. Oder noch besser, machen Sie es einmal jetzt, wenn Sie dieses Video geschaut haben, um es auszuprobieren. Und dann nochmal vor der Abgabe und dann haben Sie diesen Punkt. Das zum Thema Mergen mit dem Upstream. Ich werde dann noch die anderen Punkten, zum Beispiel zum Tagging, ein kleines Video machen. Besten Dank für Ihre Arbeitsamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.